um 18 also Leute ich will echt nichts sagen aber das ist echt scheiße gerade das ist echt scheiße scheinbar haben die NC jetzt gerade scheinbar haben die NC gerade ihr Priorität verloren und haben sie eher auf die SKE gemacht statt hier A Punkt zu halten dadurch scheint es dass wir gerade den A Punkt zurückgeobert haben me O.P.O. wieder tot kommberschreact trockig eine Spritze wollte ich sagen eine Heilungsspritze immer auf jeden Fall gerade in den Ziel runtergesprungen, wenn nicht, ich werde eh gleich wieder geschnitten. Oh Gott. Boah. Was? Eine Revolve, eine Revolve, eine Revolve. Oh, du, 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 wir versuchen echt, ich versuche noch, komm, wir versuchen, also mein Ziel ist jetzt auf jeden Fall auf eine mindestens 1er KD zu kommen, bevor ich die Aufnahme abbreche. Ja, okay. Also damit werde ich es auf jeden Fall nicht schaffen. Also damit werde ich es echt ganz und gar nicht schaffen. Es ist ja noch ein Panzer, ey. Puncher. Irgendwo hier ist ein NC. Ich bin voll konzentriert. Bin voll konzentriert. Noch 5 Kills und dann bin ich, bin ich, bin ich, dann habe ich einen 1er. Dann bin ich auf jeden Fall nicht mehr negativ. Na komm her, na komm her, komm her, komm her, Kollege. Medic. Ach, Mann, da ist einer mit der Schrotflinte. Mann. Alter. Also heute, irgendwie habe ich das Gefühl, Entschuldigung, dass sie heute alle mit der Schrotflinte hier rumrennen. Ob der Wano oder, ach nee, warte mal, ich bin Wano, ob der Radner oder NC. Wie man hier sieht, die rennen hier die ganze Zeit mit der Checkhammer rum, mit der, immer mit den Schrotflinten halt, mit ihren Schrotflinten. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich könnte ja auch mit der Schrotflinte rumrennen. Ich habe ja auch, ich glaube, ich hätte, ich meine, ich hätte auch eine halbautomatische Schrotflinte bekommen. Also die bekommt man ja immer zum Anfang. Also die bekommt man ja dabei, als Geschenk, was ich ziemlich schwachsinnig finde, aber naja. Warum auch nicht? Was ist das denn? Bodenluftschon! Yeah! Bevor der Woke Wonkytong mich gekillt hatte. Also ich glaube, dass mit der positiven KD, das ist nicht so. Neuestens von 5 auf 7 Kills zu machen. Ja, also, komm. Ich werde jetzt den Alarm noch 3 Minuten machen, dann habe ich keine Lust mehr. Das ist mir jetzt gerade wirklich viel zu blöd. Das ist mir nicht zu blöd, das ist mir zu dämlich. Unser Feind wird den Willen wahnlos zu spüren bekommen. Das wird mir zu dämlich. Na, jetzt habe ich auch die Haupt... Hallo, Mausschnitt? Ah, das ist mein fucking Ping, warum ich die ganze Zeit nicht treffe. Ich wundere mich, warum ich die ganze Zeit mit meiner fucking Waffe nicht treffe. Das habe ich vorhin schon gemerkt, dass mein Scheiß... Dass unser Scheiß Internet hier mal wieder den Geist aufgibt, ey. Warum auch immer. Keiner weiß mal wieder warum, ey. Das ist echt... Das ist so eine Schande in unserem Haus hier. Man hat hier echt nie Internet in der Ranzbude, ey. Das ist immer echt so kaputt, ey. Wow. Ich schieße mir der Halbautos... Ich schiebe es mit der Schrottflin die ganze Zeit auf den Truf und nichts passiert. Aber wir haben es verteidigt. Erfolgreich. Erfolgreich verteidigt. Schnell wiederbeleben lassen. Sofortaktion? Ne. Uh. Uh, für verlegen. Bam, 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 bam. Ey, ich habe noch keine Tarnung auf der Waffe. Äh, Tarnung, Tarnung, Tarnung. So. Naja, eine Minute lang fürs Tech-Plan zu verteidigen. Warum nicht? Komm, das schaffen wir jetzt noch. Also, komm Leute, also, ich mache das jetzt. Da wechseln wir aber wieder die Waffe. Und, bam! Habt ihr das gesehen, wie der Raketenschuss auf die, auf die Panzer ist? Alter, was ist denn der Ping so hoch? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Hunderter Ping. Damit kann man keinen Shooter spielen. Das Maximum, mit dem man ping, mit dem man normalerweise Shooter spielt, ist 30, Max, Max, sag mal, maximal 50. und auch keine 100 oder 120, ey. Da brauche ich mich auch nicht zu wundern, warum die Gegner mich alle killen, bevor ich sie killen kann. Oder warum meine, wenn ich denen nachfolge, warum die nicht ankomme. Da brauche ich mich echt nicht zu wundern, ey. Schnell raus hier. Und, wenn in wenigen Sekunden ist dieses Gebiet nicht mehr uns. Ja, sicher. 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 Warum? Was ist das denn, ey? Das ist die falsche Waffe. Ich wundere mich gerade. Ich habe mich gerade wundern. Nur 50 Schuss? Hm. Also, irgendwas stimmt eigentlich. Das heißt, die ist abgelaufen, die Testphase. Äh, ja. Schade, schade. Also, ich weiß nicht. Das Problem ist, wenn ich, wenn ich jetzt ein Fazit abgebe zu der Waffe, äh, da. Äh, okay. Wenn ich ja jetzt ein Fazit zu der Waffe abgebe, da werde ich jetzt wahrscheinlich von jedem möglichen gehatet, weil, derjenige, der die Waffe gut, der findet die Waffe gut und ich finde sie nicht so gut und hier und hot und dralala. Also, ich muss echt sagen, also, ich fand's jetzt nicht so gut. Aber das ist wahrscheinlich auch ein großer Faktor, äh, wenn der Ping so hoch ist, weil das ist wie mit der Themen G50, die fand ich, die finde ich eigentlich auch nicht schlecht, also die finde ich auch ganz gut. Aber wenn die, das ist einfach eine Tatsache, wenn du, wenn du halt einen hohen Ping hast bei einer Waffe, die halt langsam schießt, weil du eine langsame Feuerrate ganz einfach hat, äh, da musst du halt auch mit jedem Schuss treffen oder mit den Schüssen halt treffen und wenn du da nicht treffen kannst, weil du einfach so eine Verzögerung hast, warum auch immer, kann natürlich auch sein, dass jetzt der Blendenzeit-Service, also ich weiß auf jeden Fall, dass unser Internet heute mal wieder echt langsam beschissen ist, äh, kann natürlich auch sagen, gut sein, also der Ping vom Surfer ist sowieso immer recht hoch, aber 100 war, sag ich, normal nicht, kann natürlich sein, dass jetzt so viele Spieler und fliege ich auf die andere Seite, äh, dass jetzt hier unbedingt so viele Spieler sind, auf dem Surfer sind, gewesen sind, wie auch immer, äh, dass natürlich, dass der Surfer das nicht schafft, aber warum sollte in der Woche über mehr Leute sein als am Wochenende und dann noch um die Uhrzeit, wie viel haben wir denn eigentlich, na wohl, naja, kann schon sein, aber trotzdem, also ich bin der Meinung, also ich finde, ich denke, dass am Wochenende mehr Personen Onsen als unter der Woche halt noch, ihr versteht schon, was ich meine, ich hab manchmal einen Zoom auf dem scheiß Ding hier, bam, diesmal konnte ich aussteigen, höh, einer weniger, zwei weniger, zwei Stück, zwei Stück hab ich gekillt, ich bin so böser, ich bin evil, ich bin so evil, regenerier dich, schuld, da kommt ein feindlicher Spion, vielleicht bin ich ja jetzt wieder inkognito, weil die Person, die hier grad war, die waren nämlich auch schwere Einheiten, wenn die jetzt meinen, dass die eine schwere Einheit gekillt hätten, dass ich jetzt inkognito wäre, kann natürlich sein, aber jetzt auf jeden Fall bin ich nicht mehr inkognito, oh, der steht da oben, bringt mir natürlich sehr viel, wenn ich hier runter renne, eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, nicht sehr viel, aber naja, so, warum ich jetzt noch ein bisschen spiele, weil, 40 Minuten, drei Folgen aus 40 Minuten zu machen, ist nicht so der Burner, und deswegen werde ich so ein paar Minütchen spielen, auch wenn hier grad nicht so das an Kämpfen da ist, die ich kenn, die ich eigentlich gerade suche, weil eigentlich gar nicht, wenn ich jetzt hier, was ist denn das, ey, das ist die Scheiße, immer 200er Ping, über 200, oh, nee, mal mal verlegen, alter, kann doch nicht wahr sein, was haben wir denn für Trupps? Trident Allstars, Inder, Inder, Trident Alert, Inder Alert, Sparda, Sorsi, Mankos, keine Ahnung, Inder Alert, aha, okay, 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 das heißt, wir spielen auf Isamir ohne Trupp weiter, ich würde sowieso nicht in den Trupp gehen, also, ich gehe schon in den Trupp, aber nur mit, boah, mit Abonnenten, oder mit Leuten, die halt dann, mitspielen wollen, wie dich zum Beispiel, genau dich, ich weiß ja, oder Zuschauer, muss ja nicht unbedingt Abonnent sein, ne, sagen wir Abonnent und, oder Zuschauer, nicht jeder Abonnent ist Zuschauer, ja, das wäre schön, also, wenn jeder von meinen, von meinen Abonnenten Zuschauer wäre, und jeden Tag Video gucken würde, oh, das wäre gut, das wäre richtig geil, das wäre echt geil, das muss ich mal sagen, bei über 700 Abos, jeden Tag, allein, ich würde auch schon die Hälfte nehmen, ne, auf einem Video, ne, wo du merken, jetzt nicht auf allen zusammen, das ist ja jetzt was anderes, ja, du kleiner Homo, ich habe dich gesehen, wo ist der Panzer hin, wow, werden den zerstört, wow, du Schweinehund, das ist aber nicht der von Inder, der Homo, der mich die ganze Zeit abgesnapt hat, also, also, wenn der mich jetzt hier schon auf Esamir verfolgt hat, wenn ich aber langsam böse, böse, komisch schätze, hier keine Gegner, so klar, jetzt, wo ich hier, klar, das geht noch, noch einer, machen die denn hier, zwei Spione nebeneinander, Oh, ich glaube, ich will gar nicht wissen, was zu machen, wenn die unsichtbar sind, ahaha, ihr wisst, dann weiß ich mein, Burger essen, Burger King, Burger King, Schleichwerbung, nein, keine Ahnung, ich esse kein Burger King, ich war noch nie in einem Burger King, glaube ich, doch, oder war ich schon einmal, doch, ich war, glaube ich, ein, einiges Mal, als Kind, im Burger King, und seitdem nie wieder, könnt ihr mal an die Kommentare schreiben, ob ihr lieber in den Burger King geht, oder lieber ins Magus, Magus ist McDonalds, ganz einfach gesagt, oder ob ihr gar nicht reingeht, ob ihr zum Beispiel ins KFC geht, Kentucky Fried Chicken, oder in der, keine Ahnung, in der Veggie Grill, ach, was weiß ich, was es da alles gibt, nee, Veggie Grill, keine Ahnung, ob es es gibt, Kebab, genau, Kebab, oder ob ihr ja zum Oli in die Kebab-Bude geht, oder zum Murame, oder der Draschan, oder Ruhan, keine Ahnung, was es da alles für eine Ahnung gibt, ihr wisst schon, ne, Mohammed Ali, sag ich da nur, das ist nicht irgendwie diskriminierend, oder so, aber, es ist eine Tatsache, guter Döner ist vom Türk, oder auch nicht, ne, je nachdem, wie man es sieht, je nachdem, was man als Türk bezeichnet, es geht sterben, die Befehlen, noch zwei Kills, Leute, ich schaffe noch eine positive KT, äh, der Ping ist aber nicht unbedingt besser, schade eigentlich, Untertitelung. BR 2018